Alles toll! Mach immer! Jetzt machen wir ein bisschen was zu hoch. Ja, ja, dann mach mal rein! Ja, dann mach mal rein! Ja, dann mach mal rein! Das ist ja auch schon mal drin. Das ist ja auch schon mal drin. Das ist ja auch schon mal drin. Ja, das ist krass. Das ist krass! Na, komm schon der nächste Ding! Komm rein! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Schau mal! Guck mal, da geht's wieder raus! Passt du schön! Super, weißt du! Super! Super! Das ist ja ein bisschen aufregend. Aber das zieht keine Ei-Schule! Komm, die Ei! Hopp! 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 Ja, komm! Ja, schnell! Oh Gott! Krass! Komm! Guck mal, da! Jetzt hopp! Jetzt hopp! Jetzt hopp! Ja, okay! Ja, jetzt hopp! Oder sie! 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 Ja! Ja! Ich glaube, du musst ein bisschen mit reinnehmen und dann überlassen! Aber das ist immer so schön! Ja! 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 Joopi! Du bist so süß! Ja! 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 Hi! Ja! 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 Ich brauche den Helfer, ich will den Helfer. Es wird ja auch so, also mal gegen die Wand und dann gibt's mal der Ball. Hammer. Ich hole mal die Piengewäsche noch, wenn es mit Bier ist. Okay. Super. Du suchst das jetzt im Plan, mach ich? Ja, ja. Okay. Okay. Wenn da oben ist es schlecht, lass es nicht. Guck mal. Guck mal, ich muss da ein Spiel rausholen, weil da oben ist es noch los zu geben. Guck mal. Ja. Guck mal schnell hier. Oh, voll. Super. Lass mal, guck mal! Guck mal, wie schnell die ist? Guck mal, wie schnell die ist. 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 Wo muss ich immer da ein bisschen weggehen? Dann geh mal rein. Dann geh mal rein. Du kannst nicht mehr rein, der kann nicht mehr raus. Oh, hör mal! Auf geht's! Ja, prima! Super! Die schönste Schwimmbad. Die eine, zwei sind ja beide anstrengend. Ja, wirklich. Achtung, Schlupi, das geht hier. Alter, das ist immer auch gut, ey. Oh, da funktioniert das Ganze so gut. Nein, äh. Das ist halt ja lustig. Lumi! Guck mal rein. Guck mal rein. Guck mal, wie ernst. Guck mal, wie ernst. Die Sachen machen das richtig klauen, oder? Ja, die Jungen machen das echt gut. Machst du auch nicht. Das ist die Scheiße. Nee, warte mal rein. Oh. Nicht ein bisschen ängstlich. Ja, da müssen wir mit dir helfen. Ja, alles gut. Ja, alles gut, alles gut. Guck mal. Die Bindersache. Eine Hexe, sage mal dir. Die Kopf und hinten rein geschupselt, du. Guck mal. Jawoll. Guck mal. Guck mal. Hey Mann! Luffy! 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 Luffy schnell, bevor die Hände wieder kommen! Ja, die klauen ja hier! Jawohl! Ist gut gemacht! Ah, super! Deine Mama kommt raus und macht mir das! Luffy! Luffy! Ist auch so wenig! Und in Österreich! Ich laufe schon nicht gerne, aber seit es der Lage ist! Seit dem Rollerflift! Wie weiß ich jetzt, wie es geht? Fein macht! Und du? Einmal mit dem Herpuzzeln, na? Haben wir ein Spielzeug noch? Sollen wir mal ein Spielzeug holen? Viele Spielzeuge! Taka! Das war zu leicht, das war zu einfach! Oh oh! Ah, so süß! Er will mit dir spielen! Komm, 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 komm! Probier mal ein bisschen Schmeck! Schau mal! Aua! Sie hackt immer die Finger rein! Lass mich nicht! Sag, ich will ihn haben! Sie schau mal! Sie schau mal! Sie schau mal! Sie schau mal! Oh, nein!